Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war AchiGaming, Flo wieder am Start, heute ist Mittwoch, es gibt eine weitere Scrubbing Challenge, wir haben aber außerdem vor allen Dingen einen neuen Loading Screen am Start, die Road to the Final Promo, die beginnt in zwei Tagen, vielleicht werde ich morgen ein separates Informationsvideo nochmal dazu machen, aber jetzt heute heißt es erstmal Future Stars, wieder am Start, es ist Mittwoch und genauso wie letzte Woche Mittwoch ist die Party Bank SBC am Start, wir haben letzte Woche schon 10 Stück gemacht, heute wollen wir versuchen wieder 10 Stück davon zu machen, einige stehen heute an, außerdem natürlich Team of the Week, genauer gesagt Team of the Week Nummer 22, gucken wir uns im Detail an, wir haben einen neuen Academy Spieler, wir haben die Silver Stars und natürlich auch neue Token, da führe ich euch heute komplett einmal durch, was ist alles neu und so weiter und so fort. Bevor wir reinsteigen ins Video, wisst ihr was zu tun ist, Supporters come out, 500 Likes, gehen wir wieder als Ziel raus, lasst uns gerne auch wieder wie bei der letzten Woche die 600, 700 oder 800 Likes voll machen, lasst also gerne Liebe da, irgendwie interagieren mit dem Video, gerne Watchtime da lassen, bis zum Ende das ganze Video anschauen und ihr wisst Bescheid, Liebe da lassen. Dankeschön auf jeden Fall für euren fetten, fetten Support und schreibt mir doch gerne mal rein, falls ihr die Party Bank SBC gemacht habt, in die YouTube Kommentare, wen habt ihr zum Beispiel gezogen. Gerne auch eure Meinung zum heutigen Content, wie immer reinschreiben in die Kommentare und wenn ihr rund um FIFA nichts mehr verpassen wollt, dann kann ich euch nur, wir haben es ans Herz legen, gerne ein Abo kostenlos einmal da zu lassen. Falls ihr neu seid, checkt den Kanal mal ab, er würde euch auf jeden Fall gefallen. Fangen wir mal rein, äh fangen wir mal rein, fangen wir mal an mit den Objectives und da fangen wir mal an mit den Silverstars, das ist ein aus der Bundesliga, es ist Herr Gotter und da haben wir den ersten Token, insgesamt Token Nummer 27, gestern ja Token Nummer 26, Token Nummer 26 ist am Start, Herr Gotter, Nissenio ist es hier einmal, ja, äh, also mit eben der Silverstars, ein ganz normaler Team of the Week sozusagen, können wir uns gleich bei Footbin mit dem Team of the Week etc. pp. im Detail nochmal anschauen. Ja, also Silverstars bei den Zielen noch und dann haben wir den Meilenstein, Matthäus Nunes, der sieht relativ nice, so schauen wir mal aus, gucken wir uns vielleicht auch gleich im Detail bei Footbin an, aber ihr seht es mal, ausgeglichen, 88 Tempo, 85er Schuss, 88er passen, 90er Dribbling, 80 Dev und 85 Physis. Gut, hier wissen wir jetzt, ah, wir sehen doch schon ein bisschen was, was wir hier am Start haben, ist ein 81er mit Bereite, mit Brasilianern oder Portugiesen vor, 4 Tore, dann haben wir erziele 6 Tore mit dem 81er, dann haben wir in Squad Battles, oh, ist das alles nur in Squad Battles? Oh, das sieht schon mal sehr gut aus, alles in Squad Battles, wie ihr wunderbar sehen könnt, ey, das ist sehr, sehr nice, Squad Battles auf Profi-Nummer, Spiele 25 Partien heißt es dann am Ende und außerdem haben wir dann neben den ganzen Packs, hier eben bei dieser Aufgabe, außerdem neben dem 85er ein weiterer Future Stars Token, Scherbakovsky, oder wie er ausgesprochen wird, ist da am Start, also das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, relativ nice Sache, könnte offline ganz entspannt auf Profi, heftig, ganz entspannt einfach grinden, 42 Tage, wow, 42 Tage ist er da, Chabula insgesamt auch noch 22 Tage, also das ist eine relativ nice Geschichte, nicer Meilenstein, gucken uns gleich mal mit den ein oder anderen Team of the Week Spielern bei Football an, ja, apropos Team of the Week, bevor wir reingehen zu der Partyback SBC, gehen wir natürlich rein zu Squad Battles und gucken uns eben da das Team of the Week mal an und schauen rein, wer ist da, oh, man, ja, mit einem weiteren Team of the Week, 86er, Trippier für den Freistoß, Delikt, 86er Rating, Ben Sabani haben wir dann, Whisker haben wir am Start, Ward Prowse, Fekir mit seinen 4-Sterne, 4-Sterne immer nice, Reus haben wir dann mit dem 86er Rating, Coutinho, oh, er ist linker Flügel, schade, warum ist er nicht ZM, Tempo ein bisschen weird, aber sonst auf jeden Fall nice, 5-Sterne, 4-Sterne, sehr, sehr geil, Mitrovic haben wir dann, oh, Sterling, eine neue Sterling-Karte ist am Start und dann geht's auf die Reserve, Bank, Rülli, Hübner, Endombele, wow, er direkt mit dem Team of the Week, was ist denn da los, mit dem Wechsel, 86er ZDM, auch eine richtig ausgeglichene Karte hier, wieder für die Ligue 1, wenn der in der Premier League wäre, was meint ihr, wie teuer der wäre, Allee haben wir dann, Tim Thomas, Gamero, dann haben wir Zakagyi mit dem Feature Team of the Week, auch sehr ausgeglichen, gutes Tempo, guten Schuss, 4-Sterne, 4-Sterne, damit kann man arbeiten, wenn der noch ein paar Upgrades kriegt, ein paar Team of the Weeks, dann wird der echt ganz gut werden, Sing haben wir dann noch, wir haben Holtmann wieder, nach seinem Silverstar sozusagen, das Bayern-Spiel, Holtmann ist am Start, eine neue Special-Karte für ihn, und dann haben wir Hardy, mal gucken, ob die Bronze sind, checken wir gleich alles bei Footbin ab, so, jetzt heißt es aber, es wird Zeit für die Party-Back SPC, und, oh, ganz vergessen, Freunde, ganz vergessen, wir haben noch von letzter Woche, das Primo Team of the Week Pack, Weekend League Rewards, da machen wir doch jetzt mal, passend zum Team of the Week, das mal eben auf, und schauen rein, ey, Hey, what, what, Prouse? Da, das ist auf jeden Fall Futter, es ist auf jeden Fall, oh mein Gott, es ist Reus mit am Start, das schmeckt doch schon mal ganz ordentlich, gucken wir mal gerade in Reus rein, es ist halt erst seine erste Special-Karte, glaube ich, ne, aber ich glaube, 2,86er, da können wir uns definitiv nicht beschweren, unten holt man tatsächlich auch am Start, witzigerweise, also, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall mal ordentlich Coins, das sind mal ordentlich Coins, ich weiß jetzt noch nicht, ich pack sie, ich pack sie erst mal in den Verein, ich pack sie, glaube ich, erst mal in den Verein, Ward, Prouse und Reus, ich denke, ich werde sie verkaufen, auf jeden Fall, sehr, sehr nices Team of the Week Pack, jetzt aber rein zu den Squad-Building-Challenges, und da nicht vergessen, ich habe es an den Favoriten nochmal zugefügt, falls ihr noch weitere Sets euch holen wollt, für 23 Stunden sind die Top-Partien noch da, und Future-Stars-Challenge Nummer 9 für den Token, läuft in 23 Stunden ab, bitte nicht vergessen, tut sie in den Favoriten hinzufügen, dass ihr es auf jeden Fall nicht vergesst. So, jetzt aber heute die einzige Squad-Building-Challenge, die Wundertüte, ja, und da können wir jetzt im Vergleich zu letzter Woche logischerweise eben nicht mehr Future-Stars Team 1 Spieler nur ziehen, sondern eben aus Future-Stars Team 1 und aus 2, genauso wieder mit dabei die Winter Wildcards und auch die Totti ehrenvollen Erwähnungsspieler. Also, das sind die drei Kartentypen, wenn wir das so wollen, die wir hier einmal ziehen können, und wir müssen abgeben, einen 85er-Gradion-Squad mit 60 Team-Schmie. Ja, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, sie ist wiederholbar. Zweimal ist sie wiederholbar, nicht so wie gestern die andere Player-Pick-SPC, die dreimal wiederholbar war, und hier gebe ich jetzt wirklich Spiele ab, die jucken mich alle nicht. Letzte Woche, Mittwoch, hat mir Rechtsverteidiger Aspilicueta, ihr wisst Bescheid, Rechtsverteidiger To Glory. Wir geben ihn gerne ab, ich benutze ihn eh nicht, und auch ein Mondi kann gerne rein, falls wir ihn ziehen sollten, ich benutze ihn eh nicht. Insofern, die beiden, falls wir sie jetzt als Supplikat ziehen könnten, können wir sie wieder reinpacken in den Verein. Wundertüte ist ready to go, 85er-Gradion-Squad. Wir können mal gerade gucken, ob schon ein Preis da ist von der SBC, aber viel dürfte es euch nicht kosten. Also, oh, wir sind wieder knapp bei 100k, also das Futter ist durch die Player-Pick-SPC, glaube ich, gestern ein bisschen hochgegangen. Und gut, Neymar ist halt jetzt auch draußen, insofern, ja, wir sind knapp unter 100k, kann man aber auf jeden Fall mal versuchen. Ein Try ist es auf jeden Fall wert, insofern gucken wir jetzt rein in das erste Pack. Pack-Lack in die Kommentare, 3, 2, 1, let's go, EA. Okay, come on, oh, Big Wargoat. Uh, Kiesa, können wir mit dem zufrieden sein? Da wollen wir aber mal schauen, da wollen wir aber mal schauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, der ist immer noch teuer. 120k auf der Uhr. Das hätte ich nicht gedacht. 4 Sterne, 4 Sterne, gut, das ist schon sehr, sehr nice. Gutes Schuss, gutes Tempo, oh mein Gott, echt gutes Dribbling. Habe ich schon wieder ganz vergessen, habe ich schon wieder ganz vergessen. Also, da habe ich auf jeden Fall jetzt einen guten Pull gemacht. Was sagt ihr, win oder lose? Also, das ist doch schon mal ein guter Start. Das ist doch schon mal ein guter Start mit Party-Back-SBC Nummer 1. Und jetzt heißt es rein zu Footballen und dann rein in die nächsten Party-Backs. Let's go. So, Freunde, bevor wir reingehen zu den Party-Back-Packs, da wären wir auf jeden Fall heute, wäre wahrscheinlich mehr als 10 auf jeden Fall um die Ecke gekommen, haben wir erstmal jetzt hier das Team of the Week. Und nicht nur das, wir haben auch wieder Upgrades am Start. Zum Beispiel ein Sanna, wir haben Mbappé, der geupgradet worden ist auf die 94er. Und ein Diaz, den Diaz wollen wir uns eben anschauen. Mbappé, Sanna auch mal kurz zum Team of the Week. Da können wir eigentlich nur kurz mal reinschauen, ob die hier eigentlich Bronze sind. Jawohl, er ist Bronze selten. Also die beiden und er ist Non-Rare, perfekt. Die beiden also Ziba aus Bronze-Sets. Dann gucken wir in den Feature-Team of the Week, würde ich sagen. Und sonst vielleicht noch Sterling. Reus haben wir uns eben kurz angeschaut. Fiki hat auch schon eine Geschichte. Coutinho hat auch schon eine andere Special-Karte. Also insofern, Team of the Week, da müssen die eigentlich was ändern. Vor allen Dingen in Bezug auf Weekend-League-Rewards. Aber das berät mir eigentlich jede Woche Mittwoch immer und immer und immer wieder das Gleiche. Was ich relativ nice finde, gute Ratings dabei. Also viele 86er-Ratings hier am Start, die auf jeden Fall in Bezug auf Futter einfach sehr, sehr wertvoll sind. Und dahingehend auf jeden Fall ein gutes Team of the Week, gutes SBC-Futter. Regotta können wir uns noch kurz eben anschauen. Natürlich dann aber auch vor allen Dingen Matthäus Nunes. Ja, gehen wir das Ganze jetzt also weiter einmal durch. Die Feature-Team of the Week mit 4 Sternen, 4 Sternen hatte er vorher auch schon. Ja, genau. Die hatte er auch schon vorher. Und wir sind bei 18k. Wie gesagt, das ist eine Karte, oh, aber schon mit, ey, mit Dead Eye schon 91er-ZoM. Aber vor allen Dingen, wenn der halt jetzt noch den einen oder anderen 86er-Team of the Week, also weitere Special-Karten insgesamt kriegt, dann könnte es eine richtig nice Karte werden. Sonst grundsätzlich für eine 84er-Karte eine richtig coole Geschichte. Den würde ich auch im ZoM spielen. Mit 4 Sternen, 4 Sternen kann man dann nichts falsch machen. Sterling hat halt schon, und da müssen wir ganz klar sagen, den P.O.T.M. und auch die rechte Flügel-Geschichte. Deshalb der linke Flügel. Eher uninteressant. Müssen wir einfach so festhalten. Der High-Rateste dieses Team of the Weeks. Und dann haben wir Gregotta. Der bekommt ein ordentliches Upgrade. Er bekommt, wie gesagt, keine Live-Karte, sondern jetzt einfach ein Plus-1 quasi. Aber halt da für den Boost, für die Silver Star, für den Team of the Week. Ja, und ihr seht, Heading Accuracy plus 15 vor allen Dingen. Sonst alles sehr, sehr 7, 6, 8 mäßiger geboost. 3-Sterne, 4-Sterne, 3-Sterne-Skills müssen wir lösen. 4-Sterne, 4-Sterne-Week-Board können wir was mit anfangen. Dann haben wir Mateusz Nunes. Da gucken wir uns die 88er-Karte an. 4-Sterne, 4-Sterne. Hat er die schon noch vorher gehabt? Nee. Also hier hat er schon mal das S-Upgrade. Von 3-Sterne, 3-Sterne auf 4-Sterne, 4-Sterne. Was schon mal sehr, sehr nice ist. Und das ist einfach ein weiterer portugiesischer Spieler. Wow. 91 Ausdauer am Start. Dribbling. Heftig ausgeglichen. Mit 88er Composure. Oh mein Gott. Ohne Chemist ist da halt schon. 92er Crossing haben wir da am Start. 89er kurzer Pass. 89er langer Pass. 88 auf Antritt und auf Sprintgeschwindigkeit. Also ausgeglichenes Tempo auch. Freunde, das sieht sehr, sehr gut aus. 93er ZDM. Der ist for free zu erspielen. Wow. Also das ist wirklich, guck mal, selbst offensiv. Mit den 4-Sternen. Ich könnte im ZOM spielen. Also ihr könntet selbst offensiv spielen. Packt ein Basic drauf mit 4-Sternen, 4-Sternen im ZOM und let's go. Finisher geht alles. Guckt euch das an. 98er Positioning, 99er Finishing, 99er. Also das ist eine richtig geile Objective-Geschichte. Auf jeden Fall ein fettes, fettes GG an EA. So, dann hat hier Diaz, Liverpool, wie gesagt, Winstreak. Auch die haben die jetzt einmal hier voll. Diaz ist gewechselt. Also seine Karte jetzt auch quasi transferiert. Seine Headliner-Karte von eben Porto. Jetzt eine Liverpool-Karte geworden. Ja, und ihr seht's. Es sieht sehr, sehr nice aus. 88er geratet durch eben diese Winstreak, die quasi jetzt hier gepusht worden ist. Und dahingehend können wir uns hier auf jeden Fall nicht beschweren. Und guckt, ob von dem 83er auf den anderen... Also auch passen alleine, ne? Plus 9, 10 auf Crossing, 5, 3... Boah, das ist schon... Das ist schon sympathisch. Also das... Ja. Und die geht langsam. Langsam, aber sicher geht sie hoch. Langsam, aber sicher geht sie hoch, Freunde. Alles klar. Pricewinds 150 oder erst bei 170. Also Footbin muss da noch einiges aktualisieren. Dann haben wir Mbappé am Start. Ich denke, da müssen wir aber jetzt großartig nicht drüber reden, weil er halt eben schon ein Team of the Year hat. Sonst, ich meine, es ist Mbappé. Gestern allein schon wieder in der letzten Sekunde das Tor geschossen. Geisteskrank gegen Real Madrid. Und dann haben wir Salah mit dem Upgrade. 4-Stelle, 3-Stelle eher leider nur. Aber auch eher einfach nur ein Biest. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein zu Partyback SPC. Und rein in die Packs. Let's go. So, Freunde, guck mal rein in Pack Nummer 2. What the... Ey. Der Mini-Release. Der Mini-Release. Elmas wird es. Und es ist tatsächlich die ZDM-Version. Die Defensive, nicht die ZOM-Version von ihm. Also, er denzt da aber auch ab. Was ist denn bei... Was ist denn los bei ihm? Also, damit rein in Pack Nummer 3. Let's go. Pack Nummer 3. Jetzt geht wieder relativ schnell. Oh! Oh mein Gott. Luque Bakio. Ich dachte gerade, hä? Wer wird er denn? Luque Bakio. Der ist aber, glaube ich, nicht mehr wert. Also, Elmas war eben bei 37k. Und Luque Bakio. 85er. Da wollen wir natürlich Neymar dann sehen. 19k nur noch. Ja, moin. So, Pack Nummer 4. Ich dachte, kurz Hazard tatsächlich. Wegen der Belgien-Flagge. Und hier wird es wieder. Eine Winter Wildcard. Linke Außenverteid. Hey, Spinner Sola. Eine richtig nice Karte. Eine sehr, sehr nice Karte. Da weiß ich gar nicht, wie es bei ihm aussieht. Preislich. Schauen wir da mal rum. 87k Rating. Kein Rechtsverteid. Oh mein Gott. Der ist immer noch sauteuer. 5 Sterne, 4 Sterne. Was sehr, sehr nice ist. 175k. Auf der Uhr. Richtig geile Geschichte. Also, fertig. Du hast noch 600 Coins. Ich glaube gerade. Also, dahingehend auf jeden Fall ein richtig geiler Pull. Und damit rein in Pack Nummer 5. Pack Nummer 5. Es ist wieder. Oh mein. Rechter Außenverteidiger. Wir sind bei einem Semedo. Nelson Semedo. Freunde der Sonne. 86er Rating. Nelson Semedo. Schauen wir auch direkt mal gerade. Schnell nach dem Preis. Und da sind wir bei. Unter 100k. Ja. Dicke. 55.000 Münzen. Rein in Pack Nummer 6. So Freunde. Jetzt wird es interessant. Wir haben zwei Packs jetzt hier. Direkt am Start. Also Pack Nummer 6. Und Pack Nummer 7. Direkt hintereinander. Mal schauen, dass wir da auch für 5.0. Hoffentlich kein Duplikat ziehen. Pack Nummer 1. Future Stars. Wundertüte Nummer 2. Gönnt uns schon mal. Ordentlich Flammen. Frankreich. Linker Außenverteidiger wieder. Oh. Es ist Delane. Wie viele Spieler können wir eigentlich daraus ziehen? Was haben wir für eine Gesamtzahl? Das, falls das jemand mal zusammengezählt hat. Oh mein Gott. Wait. Oh. Er hat ja das Upgrade, ne? Delane. Oh mein Gott. Komplett vergessen. Ja. Die 5 Stelle am Weakfoot. 190k ist der immer noch. Oh mein Gott. Das kannst du doch keinem erzählen. Wir gehen Frankreich. Link. Und jetzt. Italien. Wie bei mir. Ein Käse. Ey. Fettes GG. Zwei Karten. Weit über 100.000 Münzen wert. Und Delane. 190k kostet der immer noch. Der ist gestiegen. Der ist gestiegen tatsächlich seit letzter Woche. Ach du Alarm. Der war eigentlich so bei 160, 150k. Ich habe keine Ahnung warum der so durch die Decke gegangen ist. So vorne. Pack Nummer 8. Also die zwei Packs haben sich jetzt mal richtig ordentlich gelohnt. Ey. Das ist ja der Wahnsinn. Wisst ihr warum Thomas Delane sich sowas von hochgepusht hat vom Preis? Ich habe keine Ahnung. und hier sehen wir jetzt einen Touan Cebe, der immer noch tatsächlich bei ungefähr 120.000 Münzen ist, also das ist echt geisteskrank was ist mit dem Winter Wildcard Karten los, aber es waren auch heftige Boosts nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht dass die noch so einen Preis haben so Freunde, Pack Nummer 9 ist schon am Start und wir werden heute auf jeden Fall mehr machen oh, es ist 89er, Mann die, wir werden auf jeden Fall heute mehr machen als 10, also die ein oder andere Bonussets sind auch mit am Start, seht es als Bonus, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt so einen ersten Eindruck und Mondi kommt rein in den Verein. Und da ist auch schon Pack Nummer 10, wieder eine Winter Wildcard ey, endlich mal wieder eine Future Stars Karte das ist doch schon mal nice und das ist ein Matthäus Ekunia da wollen wir doch auch mal schauen, was ist bei seinem Preis aktuell so die Sache, wir sind dabei immer noch 170k 4 Stände, 4 Stände, richtig geile Karte, auch hier wieder ein fettes GG also die gönnen auf jeden Fall sehr das müssen wir ganz klar so festhalten wir gehen jetzt noch in weitere Bonus Sets rein und deshalb Abfahrt let's go so Freunde, weil es eben so gut lief haben wir jetzt wieder zwei Sets hintereinander und wir fangen an mit linker Flügel, oh auch lange nicht mehr gesehen, ah Champong also ordentlich paced hat er auf jeden Fall aber da gibt es natürlich auch schon mal gute Alternativen, zwei Sets jetzt hier auf dem Account wieder am Start und last but not least wie gesagt, lass gerne Liebe da Freunde ich hoffe wir sehen uns natürlich dann morgen in aller Frische wieder und vor allen Dingen gibt es morgen wahrscheinlich Doppel-Upload denn ihr habt es ja gesehen der Loading-Screen oh hey Suyun-Chi der Nesse-Innen-Verteidiger von den gefühlten zwei Millionen die es hier in FIFA gibt guck mal da mal gerade den Preis nach ein Suyun-Chi kommt um die Ecke mit einem 86er Rating und oh nur noch 40k also damit soll es gewesen sein lasst gerne Liebe da ihr wisst bescheid es war das kein Mord bis morgen euer Flo von Archie Gaming ciao Leute